Es wird Zeit für Ihren Aufstieg von der Fach- zur Führungskraft. Der Industriemeister Metall IHK umfasst eine Vielzahl von Aufgaben, die darauf abzielen, die Produktion und Prozesse in der Metallindustrie zu leiten und zu optimieren. Doch was sind die genauen Aufgaben eines Industriemeister Metall IHK? Sie verfügen als Industriemeister Metall IHK über Fach- und Führungskompetenzen, die im Vordergrund des Praxisstudiums am Ther-Bildungszentrum stehen. Sie haben den Überblick über den Einsatz von Betriebs- und Produktionsmitteln und sorgen für die fachgemäße Einhaltung der Qualitäts- und Quantitätsangaben. Sie sind befähigt, Maschinen in Stand zu halten und tragen somit zur reibungslosen Produktion bei. Sie steigen ins Personalmanagement auf, indem Sie Ihren Mitarbeitern Arbeitsbereiche zuweisen, Sie motivieren und Sie zu selbstständigem Handeln anleiten. Sie agieren als Verbindung zwischen Mitarbeitern und Geschäftsleitung, um eine effektive Kommunikation sicherzustellen. Bereit für noch mehr Einblicke? Klicken Sie hier und entdecken Sie unsere vollständige Infoveranstaltung. Wir bilden Sie in Rekordzeit weiter für neue berufliche Perspektiven. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020